Was bedeutet ITP? I steht für Infrastrukturplanung, T für Tiefbau- und Straßenplanung und P für Projektmanagement. Was ist Infrastrukturplanung? Ganz einfach, das sind Erschließungsplanung für Neubaugebiete oder eben in Teilsanierungsabschnitten bei Wiederherstellung von Straßen. Das sind Sanierungsmaßnahmen, das sind Reparaturmaßnahmen, unter anderem auch Kanalsanierung. Das sind Versicherungen, die wir anlegen und dann einfach das große Thema Grasenbau mit allem, was dazugehört. Unsere Aufgabenverteilung sieht so aus, dass mein Partner, der Herr Vögele, die Planung abfaltet und bei mir mehr die Ausführung liegt, also das Umsetzen, draußen die Bauleitung und außerdem das Ganze, was so landläufig die administrativen Büroarbeiten darstellen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017